ich will gar nichts krass aus dem hero pack ziehen also absolut keine erwartung hier diesen pack so hier zack hero picks fertig jetzt hier rein ich ziehe jetzt helft und dann mach so auto so mach wir machen ein doppel heropick auf zwei heropicks kann ich keine scheiße ziehen es geht nicht wir haben zwei heropicks aber wissen was sie machen chat ihr entscheidet welche spieler ich nehme wir machen abstimmen wir gehen wir sagen 1 2 oder 3 und das was der chat sagt die nehmen wir uns nicht nix ich darf nicht sehen nur ihr seht was alle genau zwei ich muss den zweiten spieler nehmen den ihr entscheidend entschieden habt chat ok wir gucken gemeinsam chat ok wir nehmen die nummer zwei chat wir nehmen nummer zwei ja 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 ist okay ist okay ja oh mein gott aber cordova cordova ich hab ihn leider schon aber ich hätte eh nur die zwei nehmen dürfen ww chat ja ihr könnt eh nichts falsch machen egal wen ich genommen hätte aber was ein krasser pick brolin solski und core was ein starker pick okay wir nehmen solski mit chat wir nehmen solski mit aber wir gehen zum zweiten pick so ich sehe gar nix ihr seht ihr seht wen ich gezogen habe wartet ich mache den pick auf und mache eine abstimmung picket auf und ihr könnt abstimmen chat ihr könnt abstimmen chat ihr könnt abstimmen ihr könnt abstimmen ich sehe nix oh mein gott oh mein gott ja eine minute lang zeit jetzt kommt darauf an wie sehr mein ich bin ich schwarz sieben hundert abstimmen auf eins ok ich gucke wer es ist drei zwei zwei Baby, boy! Komm, mein Verein. Komm, mein Verein, Chats. Ey, was waren das für geile Pics, Chats?